Mein Name ist Gina Lückenkämper. Ich bin 23 Jahre alt Sprinterin für den SCC Berlin und komme aus Bamberg. Mich hat schon immer fasziniert schnell zu laufen. Ich bin als Kind schon immer gerne draußen gewesen, habe mich viel bewegt und dann hat am Ende einfach eins zum anderen gefühlt. Die Liebe zum Sport und zu der Bewegung ist schon immer da gewesen und ich habe halt einfach das Gefühl von Freiheit, wenn ich besonders schnell laufe und das genieße ich nach wie vor. Einfach dadurch, dass ich schon immer gerne draußen war und schon gerne viel gelaufen bin und meine Eltern mich dann als ich sieben Jahre alt war gefragt haben, ob ich nicht mehr die Leichtathletik ausprobieren möchte. Und ich war als Kind sehr leicht für viele Dinge zu begeistern und habe es ausprobiert und es hat mir von vornherein Spaß gemacht und dann bin ich einfach am Ball gefühlt. Mein größter Erfolg bisher sind zum einen der 10-95 Lauf von der WM 2017 in London, zum anderen aber der Vize-Europameistertitel bei den Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion. Das sind Momente, die werde ich in meinem Leben nie vergessen.